Hallo ihr, ich stelle euch heute die Spiele-App Quiz-Duell vor, mit der ihr Freunde oder andere beliebige Spieler zum Quissen herausfordern könnt. Nachdem die App geöffnet ist, gelangt ihr auf den Startbildschirm. Hier könnt ihr eure beendeten Spiele einsehen und ein neues Spiel starten. Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden, entweder wählt ihr einen Freund aus eurer Freundesliste oder einen beliebigen Spieler als Gegner. Ganz oben in der Suchfunktion könnt ihr auch nach Nutzernamen suchen. Entscheidet ihr euch für einen Freund als Gegner, wählt ihr diesen mit einem Klick aus. Daraufhin muss dieser das Spiel zuerst bestätigen, um danach starten zu können. Als nächstes entscheidet sich euer Gegner für eine der drei verschiedenen Kategorien, die vor jedem Spiel zur Auswahl stehen. Danach werden eurem Gegner drei Quiz-Fragen aus dieser Kategorie gestellt, welche er dann beantworten muss. Hat euer Freund das geschafft, bist du an der Reihe und musst dieselben Fragen beantworten. Insgesamt müssen sechs Runden gegeneinander gespielt werden, damit am Ende ein Gewinnerfest steht. Um die eigene Statistik zu verfolgen oder einen Avatar zu erstellen, müsst ihr die Premium-Version der App für 2,69 Euro kaufen. Mehr Infos zur App Quiz-Duell findet ihr auch im Apps-und-Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald!